So, neu gebautes Team, noch nicht einmal mitgespielt, wir testen rein, ihr seht es jetzt gleich, wie es hoffentlich abläuft, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich schätze, sobald ich outspeedet werde, haben wir ein dickes Problem, aber wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal, wird spaßig. Ja, da geht schon wieder der Speed los jetzt hier. Ähm, ich glaube meine Damage lasse ich mal offen, was könnte ich gebrauchen, was ist noch, also ich würde glaube ich schon eine Clara für ein Speedlead auf jeden Fall mitnehmen. Oh, ob das klappt, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Oh, ich weiß nicht, ey. Ich meine, die sind alle okay, schnell, die sind alle so über, ja, über 170 so. Er geht aber hardcore passiv rein, ne? Oh, hardcore, ey. Ähm, oh, warte mal. Ist mir das, oh, der hat auch komplett abgedriftet, der Sack. Wie soll ich da durchkommen? Antares progt nur einmal, dead. Alles dead, aber wir schauen mal. Aber wir schauen mal. Ich brauche das nicht, oder? Nein, brauche ich nicht. Okay, dann kann ich hier schon mal Schaden drauf machen, dass ich die schon mal erstmal wegklatsche, irgendwie. Ähm, hier machen wir jetzt natürlich erstmal die Attack Bar hoch. Hier. Ja, jetzt würde ich ganz gerne hier erstmal noch gar nichts machen. Ich versuche zu critten. Danke für den Crit. Ich glaube, es war ein Crit, aber der ist nicht auf Crit Schaden. Das wäre ja das Ding an der Sache, ne? Aber ich finde es gut. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich finde es gut, dass Dings nichts macht. Kriegen wir die jetzt raus? Please. Die sind alle nicht auf Crit Damage, das ist das Problem. Okay. Ich habe keine schnellen Crit Schaden, setzt du. Okay. Alle sind tot außer Kali. Ich glaube, ich komme so nicht weiter. Egal, was ich mache, es geht alles in die Hose. Ich glaube, ich lasse das mit der Special. Ich glaube, ich lasse es wirklich. Ich habe mal Bruiser probiert, also Second Turn. Habe ich auch probiert, hat aber auch nicht funktioniert. Ich habe einfach keine Forstas. Ich sage, ich habe keine Forstas. Das ist das Ding. Ich habe einfach keine Forstas gebaut. Also, ich habe welche, aber die haben alle keine Skill-Ups. Na, das ist das Ding. Kein Tableau-Proc. Der ist auf Qual, Alter. Ich weiß es nicht. Alles, was gespielt wird, habe ich nicht gebaut. Ich könnte Siren picken. Immer einen Siren picken. Und da gucken. Oh Gott, Alter. Ey, jeder hat einen Kinky. Jeder Beppo hat einen Kinky, Alter. Wann habe ich die Hall of Heroes von Kinky verpasst? Was habe ich? Gianna, ey. Wer braucht die denn? Wer braucht denn eine Gianna, Alter? Niemand. Wenn man einen Kinky hat. Ich werde hier verlieren wegen Kinky. Aber 100 Pro werde ich hier verlieren. Die ist auf Revenge sehr wahrscheinlich. Nee. Alter, 100 ACC. Ich würde es nochmal sagen, ne? 100 ACC. Pow. Aha. Tja. 100 ACC. 100 ACC. Ich sage es, wie es ist. Der Schaden ist ja okay. Ich von dem Covenant. Covenant. Ist der, ne? Covenant, ja. Ey, Kakano. Ich weiß nicht, weil ich mit Kakano habe. Keine Ahnung. Strip. Ah, den Falschen. Das Falsche. Heal Block. Ah. Du kannst da durchschießen, ne? Ja. Das brauchen wir nicht machen. Wir haben alle Wille. Wollen wir auch nicht machen. Haben alle Wille. Glancing, Heal Block. Wollen wir auch immer noch nicht machen. Wir brauchen einen Death Break. Death Break. Du landest alles auf so einen Death Break. Warum hat der ein Glancing drauf? Was soll das denn? Oh mein Gott. Wollen wir damit jemals einen Win holen? Ich bezweifle es. Ich bezweifle es. Meine spontanen Ideen sollte ich mal lassen, ey. Ich glaube, das sollte ich mal lassen. Ich weiß nicht. Das wird, das funktioniert. Alter, der hat sich schon wieder... What the fuck? Guck mal, das ist der Vorteil, wenn man dann mal... Ähm... Den... Four Stars auch mal Skill-Ups gibt, ne? Four Stars sind überbewährte. Braucht kein Schwein. Nur in der Four Stars Special League. Da brauchen wir den. Stun. Ja. Dem Falschen. Wir sind noch nicht ready. Cool. Cool. Der halte ich jetzt mit dem Proc wieder instant hoch. Geil. Geil. Ach ja. Death Break. Okay. Wer ist dran? Ah, der da. Der scheint aber nicht auf Qual zu sein. Ah. Wer ist da noch dran? Tableau, ne? Dann versuche ich jetzt hier nochmal. Let's go. Pow. Das hat funktioniert, Alter. Die cuttet den Tableau? What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Death Break hab ich gelandet. Huh. Death Break könnte... Nö. Könnte nicht. Außer ich stun jetzt. Oh, der letzte, der letzte, der letzte, der letzte, der letzte, Alter. Dann pick ich jetzt Raug hier rein. Anstatt die One-Shotter hier. Das macht keinen Sinn, denke ich. So was zu spielen war ich auch am überlegen. Aber anscheinend funktioniert es hinten und vorne nicht. Außer bei mir jetzt. Bei mir funktioniert das jetzt, was er da macht? Na, okay. Vielleicht nicht. Na, war ja wieder klar. Und natürlich, genau der Werde greift nicht mit an. Ich glaub, Ju... Ja, okay. Aber ich wollte grad sagen, Tableau moved nochmal vorher. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich den Raccoon die One-Shotten kann, oder? Kann ich den One-Shotten? Juno, interessant, auch sehr gut. Ich glaub, ich ban die Molly wegen dem Glanz. Ich glaub, ich kann den One-Shotten. Also ihn auf jeden Fall. Mit Covern. Wenn er den drin lässt... Okay. Ich glaub, wir nehmen... Müssten wir hier... Ich glaub... Oh, wir haben gar kein Ding. Nee, okay. Wir haben gar kein anderer Lied. Okay. Ich dachte, der hat ein Overall-Attack-Lied. Aber hat er gar nicht. Und da fehlt halt noch einer, ne? Vielleicht kommt auch noch dazu. Meine... Guck mal meine... Meine... Meine Poster ist an, ey. Die sind so... Lachhaft. Die sind so richtig lachhaft. Die sind lachhaft. Ich krieg 100% die Revenge rein. Ja. War klar. Ah, warte mal. Das ist aber, glaub ich, okay. Oder? Ist das okay? Den kann man nicht stunnen. Den kann man nicht stunnen. Den kann man doch gar nicht stunnen. Kritte den, please. Ja, der lebt noch. Oh, Gott. Ja, das hab ich verdient verloren. Also, ich hab einfach alle Sachen... Alles... Alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Alles. Aber wirklich alles. Oh mein Gott. Ich bin so bad. Oh mein Gott. Ich bin so bad. Jetzt krieg ich die Revenge wieder ab. Let's go. Nee, diesmal nicht. Äh. Wer ist da noch dran? Okay, Death Rack, please. Okay. Wir haben die Chance. Wenn ich kritte. Der lebt noch. Ey, mein Gott. Das ist immer dieses eine HP. Immer diese eine HP, Mann. Alter, der Damer. Oh, warte. Jetzt muss er auch mal stunnen hier. Ja, den nicht. Ja, den haben viele... Ach, Riegel haben viele wegen den gebaut wahrscheinlich. Hab ich auch nicht gebaut, Riegel. Hab ich auch nicht, hä. Besitzt halt nicht so viele Sachen. Nicht so viele coole Sachen. Ach, ja. Ich bin so richtig bad, Alter. Okay, das war... Das war... Ja, gut. Das ist... Ja, gut. Haben wir... Haben wir ein bisschen Spaß im F-Bereich. Selbst die ziehen mich ab. Der spielt einfach ein komplettes Water-Team. Aber was ist, wenn ich den banne? Hat er noch... Aha. Okay. Hä? Vielleicht will er diese Folge holen. Ich weiß, steht das auch bei Special League? Ja, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, ein Crit, please. Werde ein. Okay. Danke. So, jetzt Absurd. Du hundern ACC. Okay. Kein Proc. Kein Proc. Was war das? Und das nächste Problem ist... Die Dings hat da eine Wille. Ja, genau die. Guck mal, der Robo, der will mich doch nutzen, Alter. Der will mich doch nutzen, Alter. Oh. Hä? Okay, jetzt bin ich immer gespannt. Stellar killt bestimmt einen. Ja, den jetzt auf jeden Fall. Ja. Jetzt kommst du nochmal dran. Was ist denn? Die Attack war Absurd. Genau. Und jetzt? Silence auf ihn. Okay. Ah, ja. Da jetzt das One-Shot-Team reinzusetzen, weiß ich es auch nicht... Weiß nicht, ob das so schlau war. Wobei... Vielleicht... Mal schauen. Entweder nimmt der mir Ischir oder den Speedlead. Entweder nimmt der mir den Ischir oder den Speedlead. Ich glaube nicht, dass er mir den Werde nimmt. Der nimmt mir den Speedlead. Okay. Haben wir da ein Lead? Feuer-Krit. Geil. Ist ja nicht so, als ob die 100-Krit-Reiter. Aber okay. Könnte schneller sein. Weiß ich nicht. Ja. Jetzt müssen wir resisten. Oder Revenction. Oh, wir haben resisten. Oh, Antares. Oh mein Gott. Antares. Ja. Nee. Ach, ja. Mein Antares macht einfach nichts. Okay, wir machen was anderes. Für's Zuschauen. Warte rein. Tschau.